Ja, servus meine Freunde, willkommen zum nächsten WWE Supercard Video. Heute gibt es aber nur ein ganz, ganz kurzes Video. Ihr wisst, es ist gefühlt, nein, es ist nicht gefühlt, es ist 35 Grad draußen und in meinem Zimmerchen, was in der Schräge liegt, da knallt die Sonne drauf. Hier ist wie in der Sauna. Ich dachte erst, ich mache ohne Cam, aber naja, haben wir sie jetzt doch angemacht. Und darum, heute gibt es nur ein kurzes Video. Ich gucke mal, dass ich vielleicht heute Abend dann wieder ein Kommi, also ein Kommentarvideo mache. Also haut unter dem Video in die Kommentare, Daumen hoch und so weiter. Und natürlich, wer mir schickt, dann gucke ich auch da gerne die Decks rein. Und wir sind ja im Wargame für die coole, wirklich, wirklich coole Triple H-Karte. Aber fangen wir erst mal an, was bei mir passiert ist. Da kam ja auch noch die ein oder andere Karte dazu. Also klar, meine stärkste Karte ist mittlerweile mein Forged Pro. Ansonsten gehen wir mal auch direkt auf... Sonst zu kombinieren. Ah, aber ihr seht schon, gespoilert. Es gibt noch was, was ich kombinieren kann. Gehen wir so, General. So, das sind die Karten, die ich bisher gezogen habe. Teilweise halt Event, teilweise normal gezogen. Und ihr seht, es kam eine neue Diva dabei. Ratchel Gonzales wäre natürlich cool, wenn da mal eine Pro-Diva kommt. Aber trotzdem auch jede Single-Diva, die kommt halt noch in mein Diven-Deck auf jeden Fall rein. Weil sie ja dann irgendeine Royal Rumble-Diva rauskickt. Und auch zwei Deck-Manager habe ich schon bekommen. Auch wenn jetzt Maryse nur auf ein Stud geht. Aber hier Paul Heeman, den ich irgendwie in jeder Stufe gezogen habe. Auf jeden Fall sind die Deck-Manager auch schon am Start. Und ganz frisch kam zu Eric. Den ersten Eric hat man ja, glaube ich, aus dem Team-Event sich holen können. Habe ich nochmal einen zweiten Eric gezogen. Den ich auch gleich jetzt zum Trainieren in das Ding, in das Training-Center gepackt habe. Damit ich ihn auch schnell prohen kann. Ist Pfeil nach unten, Pfeil nach unten. Ist auch nice. Auf jeden Fall. Ansonsten hier Fiend. Und ansonsten, ich habe noch keine Bilder geändert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich für die meisten relativ frischen Charaktere... Okay, hier habe ich immer noch das Ei drauf. Ich finde es immer noch irgendwie witzig. Obwohl das ursprüngliche Bild halt eins der genialsten Bilder überhaupt ist. Also natürlich das Bild. Und dann gab es mal eine... Eine Event-Karte. Ich meine, Triple H gibt sich immer so gute Bilder. Eine, die müsste irgendwo auch hier in der Region gewesen sein. Die habe ich aber nie gekriegt. Ich glaube, das war... Ich meinte eigentlich, ich hetze, aber ich sehe sie nicht. Na komm, wir machen das Ursprungsbild drauf, weil das halt einfach... Ich dachte nicht, dass es das hier ist, aber das ist es nicht. Ihr wisst, welches ich meine wahrscheinlich. Das ist auch mit... Eigentlich genau so, nur halt anders. Ja, ich weiß, geile Erklärung. Aber gut. Auch hier Stevie Ray, noch kein weiteres Bild. Bei Forged sind sehr viele... Ja klar, gut, Kofi Kingston haben wir was. Irgendwie bei Forged sind sehr viele dabei, die entweder neuer sind oder unbekannter sind. Und jetzt für mich, der gerade aktiv nicht guckt, dann auch für mich mindest unbekannt sind. Ich könnte mal wieder anschmeißen. Aber momentan muss man ja auf Fußball gucken. Video wird nicht so lang. 15 Uhr geht es ja los. Heute ist Frankreich-Ungarn. Und danach spielen ja wir natürlich. Wir alle. Aber gut, wird eine harte Nummer. Ja komm. Auch hier... Oh, guck mal, da haben wir schon zwei Bilder. Okay, ja stimmt, ich erinnere mich. Ähm, da war wahrscheinlich das hier das Nicere. Indie Hardrail auch da, denke ich, genau, gab es noch kein Bild. Okay, Mandy Rose gibt es auf jeden Fall schon ein paar. Da finde ich... Mag ich das hier, glaube ich. Oh, ne, das... Okay, sie hat viele hübsche Bilder. Ich glaube hier... Das packen wir da drauf. Hier habe ich, glaube ich, gleich das Bild der, ähm... Wrestlemania 37 Karte draufgepackt, genau. Aber auch halt gerade, wo Fiend ist, ähm, da gibt es halt echt nice Bilder. Das muss man schon sagen. Also ich meine, das hier ist halt auch obergeil. Ähm... Und Erik, naja, gut. Erik sind halt die, die Wikinger-Helm-Bilder ganz witzig, muss man sagen, aber... Das ist halt Erik, ne? Ich meine, das hier passt da geil drauf. Hier die Hörner, da die Hörner... Das ist schon nice. Gut, haben wir ein Bild, wo ich glücklich bin. Sehr schön. Ähm... So, dann gehen wir mal in War kurz rein. War... Ich weiß nicht. Ich finde den Modus so... Man muss so viel machen. Hier 9000 Punkte und hier jetzt nochmal 5 oben drauf. Das heißt, ich brauche noch 11k Punkte. Donnerstag habe ich natürlich abends wieder nicht gespielt und erst Freitagabend angefangen. Ähm... Also 1, 2 Games logischerweise, aber sonst nicht wirklich was gemacht und, ähm... Halt Freitagabend die Games gemacht, heute Morgen Games gemacht und jetzt muss ich halt da mal irgendwann Gas geben. Ich bin zu geizig für Point-Verdoppler, aber ich muss wahrscheinlich, sonst wird die ganze Schose eng. Morgen, Geburtstag, da wird wahrscheinlich nicht so viel Spielen drin sein und Montag wieder Arbeit. Ah, ja, 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 und ich will die Karte natürlich unbedingt Pro haben und, äh, TBG muss ich auch nochmal mit reinklotzen. Da habe ich meine Kämpfe noch nicht gemacht. Ich darf gegen Fashion Tiger, uh, leider voll trainiert, gegen Evil, okay, und gegen Champion RG Run, ähm, mit meinem Deck, wenn ich mir die aber angucke. Ich habe hier halt die coole Sina-Karte. Ich habe ein Diven-Tag-Team, das ist nice. Ich habe ein Männer-Tag-Team und zwei nochmal gelbe Männer, die zusammenpassen. Äh, also mein Deck ist gar nicht so kacke, dass ich ja hier hoffen könnte, dass es gar nicht so kacke ist, äh, hier zu besiegen. Gut, was haben wir sonst noch? Bevor wir, also die ganzen Kommentare habe ich schon gesehen. Wie gesagt, machen wir morgen, äh, Video. Ich gucke, dass ich es heute Abend aufnehme. Gucken, ob es noch einen TBG-Reward oder sowas gibt. Konsolation-Reward, hallo? Warum springst du denn immer um? So. Ah, hier haben wir leider verloren, äh, weil wir beide haben ein Match verloren. Ähm, also einer von uns, einer von den Gegnern. Aber einer von uns hat halt eins mit mehr Punkten Wert verloren. Hier ist eine WrestleMania 36. Steve-Austin-Karte ist immer nice, sage ich nicht nein. Also für ein Loose-Pack ist das schon okay, wäre natürlich geil. Ach, guck mal, den habe ich noch nicht mal pro. Ähm, ja, PvP-Punkte. PvP-Reward, okay, die sind ja auch jetzt nicht so spannend. Weg, weg, weg. Momentum-Slots, da war ich wieder. Und dann sind hier vom, ne, nicht die Challenge-Reward. Aber guck mal, ein, ein Pack haben wir. Ich wollte eigentlich hier die Giants-Packs, die hatte ich mir noch aufgehoben. Kofi Kingston-Deck ist, glaube ich, dann F1. Okay. Was haben wir hier? 26 Millionen gemacht. Bringt uns nix. Hier 47 Millionen. Oh, 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 ihr seht die zweite Karte. Oh, ein Edge. Erstens, nices Bild, great pull, sage ich doch auch. Nice, hätte ich gewusst, dass da ein Edge, also eine Forge-Karte drin ist. Mit denen habe ich da gar nicht gerechnet. Hätte ich die schon viel früher aufgemacht. Nur mal hier 11 Millionen, da wird jetzt natürlich nicht so viel Spannendes drin sein. Genau. Dann haben wir hier nochmal 5 Millionen. Ich war relativ, kam am Anfang relativ gut durch. Darum müsste hier, das hier müsste, ne, Claim 6 Millionen. Und ja. Ja. Ja, hallo. Cain. Das Bild finde ich tatsächlich nicht so prall auf Cain. Da gibt es deutlich schönere. Aber nice. Nö. Nice. Hier sind noch ein paar Ticket-Packs, die ich einrewarden kann. Würde sagen, ein Ticket-Pack machen wir auf. Was wir da kriegen. Und die anderen sammle ich dann für morgen oder für das nächste, übernächste Video ein. Ja, Sammy Zane würde ich jetzt auch mal nehmen. Würde ich nicht Nein sagen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir noch eine dritte Forge-Karte heute kriegen. Genau. Old Rampel und Shinsky. Oh, guck mal. Den ich auch noch nicht Pro habe. Ich meine, damit kann man mich ja wenigstens ein bisschen glücklich machen. So, guck mal. 26 Minuten. Gestern war ja der Puzzler. Roll the Ring. Spin the Ring Reward. Das ist doch was, was kostet, oder? Nö, das will ich nicht machen. Ich will nur ganz kurz in Superstore. Ich glaube, es sind nur noch 3-4 Tage bis zur nächsten Karte. 5 Tage. Heißt, ich muss noch mal ein bisschen Gas geben, um direkt die erste holen zu können. Da muss ich ein bisschen PvP und Money in the Bank spielen. So, jetzt sehen natürlich gleich meine Forge-Karten um einiges mehr aus. Die zweite, also wenn der Erik geprotest, ist der zweite Pro am Start. Und Edge und Kane. Ah, sehr schön. Sehr schön, Leute. Ich habe ja gesagt, wird ein kurzes Video. Ich quäle mich jetzt nicht mit euch auch durch einen War-Kampf. Sondern würde sagen, ich freue mich. Jeden Daumen hoch. Die Leute, die Fußball gucken. Viel Spaß beim Fußball gucken. Und allen viel Luck bei War. Dass ihr dahin kommt, wo ihr hinwollt. Macht's gut. Haut rein. Und jetzt werden wir aufhören.